Die iranische Schauspielerin Taraneh Ali Dosti ist nach mehr als zwei Wochen Haft auf Kaution freigelassen worden. Ali Dosti war Mitte Dezember im Zusammenhang mit den landesweiten Protesten im Iran verhaftet worden. Der Schauspielerin wurden Verbreitung von Falschinformationen sowie Unterstützung von konterrevolutionären Kreisen vorgeworfen. Die 38-Jährige hatte sich zuvor mit der Protestbewegung solidarisiert. Auf ihrem Instagram-Kanal postete sie ein inzwischen gelöschtes Bild ohne das im Iran obligatorische Kopftuch.